So, da sind wir jetzt wieder. Ach man, kotzt mich grad an. Ich hätte das... Boah, jetzt hab ich mich hier ver... HALT! Verheddert. So, jetzt können wir. Kotzt mich grad an, das was im letzten Part nicht gerissen haben. Aber vielleicht jetzt mit mehr Konzentration. Boah, bist du jetzt dumm? Da hast du... Den hat's ja noch, hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ich spiel auch irgendwie... Nur in die eine Ecke. Das find ich grad voll ätzend. Nein! Boah. Ja, schön. Schön, 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 schön. Jetzt haben wir sogar gleich einen Special-Schlag drauf. Das heißt... Ich smash ihn ihr gleich voll in die Ecke. Und wenn wir Glück haben, war's das jetzt. Nee, war's nicht. Wie, die einfach nicht locker lässt? Ja, gewonnen! Boah, danke. Die haben endlich gewonnen. Mann, da ist so ein Show-Matcher war wirklich wesentlich geschilder. Och, Mann, und warum hab ich so... Ja. 15 Sterne mal aufs Konto. Das ist schön. Sind wir schon fortgeschrittener? Ja. Ja. Asien-Championship. Wie weit ist es nur noch? Ich bin noch nicht qualifiziert, ne? Ja, es wird sich bald ändern. Ja, wir haben wieder einen Film. 51 Tage. Vier Sterne bleiben noch. Ich glaub, das können wir schaffen. Das schaffen wir locker. Unten seht man ein Sondermatch. Okay, ich muss es nur schaffen, da in den restlichen... Was kommt denn danach? Oder ich glaub, das war's dann nach dem Schiff. Kommt da noch irgendwas? Ah, okay. Das muss ich in 51 Charme schaffen. Ach, na. Ich glaub, da machen wir jetzt mal... Ein bisschen Ballett. Ja. Das Sondermatch will ich mir auf jeden Fall holen. Wie, kann ich... Nee. Okay. Sondermatches auf jeden Fall immer probieren. Weil ihr dann die Klamotten von denen kriegt. Und ihr kriegt dafür halt auch Sterne, wenn ihr gewinnt. Das ist... Ein... Yeah. Das fängt doch schon mal gut an. Fängt... Noch besser an. Ach, die ist zacktisch, die Olle. Keine Ahnung, was das dann... Heißt. Boah. Okay. Hier bin ich auch immer... Ein bisschen... Konzentrierter. Weil es ist halt... Dumm. Weil du nie die Chance kriegst, nochmal gegen die zu spielen. Und ich weiß nicht... Nee, ist das... Wirklich... Ah, es war zu... Krass. Das ist okay. Das war gut. Das ist schön, wenn wir sie jetzt in einem Satz ordentlich abziehen. Kommt zu mal rüber. Ja. Dann haben wir immer einen Einsatz in der Tasche. Weil wir wissen ja nicht, wie sie jetzt so drauf ist. Ja, und das ist klar. Okay. Den hätte ich jetzt gedacht, hätte versemmelt so komplett. Sah so nämlich von mir so aus. Okay, damit haben wir wieder einen Punkt. Läuft gerade sehr gut, finde ich. Oh, nee. Darüber. Danke. Ach, das war zu lasch. Oh, mal. Also, ich will die jetzt hier auch nicht so beleidigen. Aber es ist... Es tut mir so leid. Also, wenn ich hier irgendwie Oma oder so sage. Ja. Oder Sarah. So. Ich muss hier mal so ein bisschen die Uhr im Blick behalten. Nein. Leck mich. Und ich mache auch sehr oft Fehler. Das werdet ihr auch noch merken. Meistens ungewollt. Ist ja irgendwo logisch. Ja. Das war... Klar. Und da hast du. Da hast du. Na, der war ja jetzt mischt. Pam. Pam. Ja. Schön. Damit könnten wir den Sack zumachen. Und dann haben wir ihre Klamotte. Das würde mich ja sehr freuen. Dann haben wir nämlich auch... Kriegen auch schön Sterne. Oh, wie geil ist das denn? Also, ich will ja... Oh, schönes erste Sondermenschen gleich erstmal abgezogen. Finde, freue ich mich. Also, das sind ja noch die einfachen Leute. Aber... Nachher geht's übertrieben ab. Hier, da kriegst du übertrieben vier Sterne. Also, finde ich immer geil. Al Robson haben wir besiegt. Laura Robson. Und wir sind qualifiziert. Sie haben nicht nur für die Teile... Sie gehen sie zu... Sie haben sich nicht nur... Ach so, ja. Okay. Ja, jetzt müssten wir langsam mal ein Training machen. Und sonst aber erstmal ausruhen. Sonst haben wir nachher Probleme mit... Fuß oder irgend so eine Scheiße. Und jetzt holen wir uns nochmal ein paar Sterne. Und jetzt mach ich gleich mal blend. Oha, zehn Sterne. Was ist denn los? Damit sind wir auch schon... So wäre es... Ja, ja. Ja, das kenne ich schon. Ach ja, dieses Kostüm Match. Verscheiß ich mal drauf. Wir brauchen jetzt mal wieder ein bisschen Training. Muss mal Sane. Und dann nach dem Training mache ich. Cut für den Part. Jo, ich hol mir die Eier. Ich hoffe, es ist nicht deine, Alter. Oh. Oh, das war knapp. Habt ihr gesehen? Die Kugel hätte vorher unser Eier getötet. Oh, schön. Das ist im richtigen Augenblick aufgenommen. Nein. Küchen. Mach auf, Oma. Ja, ist doch. Kannst du vielleicht jetzt mal aufmachen? Das wäre mir sehr gelegen. Danke. Weil somit haben wir das gerade auch hinter uns. Ey, der hat gerade zwei von meinen Küchen getötet. Und nochmal abkassiert. Schön. Fand ich eigentlich... Ja, Condi-Level höher. Finde ich schön. Nochmal Schlagfähigkeit erweitert. Und jo. Condi ist immer schön. Ich glaube, ich mache jetzt auch demnächst wieder ein paar mehr Training. Boah, wie so viel Kohle. Ich meine... Ja, unsere Wertung ist fortgeschritten. Wie meine? Die ziehe mir nämlich ab. Yeah, wir haben schon vier Fans und uns fehlen nur noch. Scheiße. ganz ehrlich ich will da hin auch wenn ich daran nicht teilnehmen kann aber weil ich mir diese Ruhrpause geben will ganz einfach wir sind elf da so viele sterne da ist wirklich 68 sterne wie ich habe zehn mehr bild verdammt ich hätte gerne noch mal eine condi gemacht okay leute aber das machen wir im nächsten part also Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020